Mein Name ist Yuji Takeoka. Der Ausstellungstitel heißt »Zum Nullpunkt der Bildhauerei«. Nach dem Studium hatte ich mehrere Ausstellungen und danach habe ich bewusst meine Richtung geändert. Das geht um Präsentationsgegenstände. Das heißt also Rack oder dieses Lichtkabinett, so ein Kabinett oder Rack, Vitrinen, Showcase und so weiter, sind das alles Präsentationsgegenstände. Gold ist das, was natürlich einerseits schützt, Gold ist auf der Oberfläche geschützt, vergoldet, das heißt also schützt die Oberfläche. Durch Gold ist diese Präsenz verstärkt, dieser Charakter. Mein Vater ist Antiquariat und ich bin aufgewachsen mit dem voller Bücher. Und Bücher war ja nicht nur steht, so in dem Legals und dem Stapelt. Legals ist auch so wie eine, wie soll ich sagen, für mich die Sockel sozusagen. Deshalb, ich lege einfach so diese auf dem Boden. Zeitgenössische Kunst ist also wirklich interessant, dass man nicht nur eine Antwort gibt, sondern es gibt mehrere Antworten. Kunst ist für mich Leben. Also jeden Tag möchte ich mit meinen Kunst beschäftigen. Ich wünsche mir, dass die Leute einfach reinkommen, viele aufnahmfähige Gefühle mitbringen. Da könnte man sehr viel was wieder mitnehmen, glaube ich. Hoffe ich. Ich bin nicht mehr, schüttere. Ich bin nicht mehr, schüttere. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, als ich mich schüttere. Aber erst mal diese Zeit, dass du ja auch gewolltest, dass du es auf die CS eine hänzluft wird. wirst du da bist. Und dann erzählst du es auf dem Weg. Was wir ja sichergestellt?